Und noch einmal Hallihallo zurück bei Megaman 3. Ja, Hardman steht zu Hause, äh, zu Hause, nee, steht an. Und, äh, ach du liebe Zeit, ist das ein Brocken. Und wir kümmern uns jetzt um ihn. So. Soll denn mal Küggio. Aber es sieht schon mal ganz knuffig aus hier. Bienen. Oh, ich hasse Bienen, ich hasse jetzt schon Bienen. Und, das Blöde ist, die Dinger gehen nicht weg. Oh nein. Ohohoho, okay. Magnet schießt aber nach oben. Ah, scheiße, nein. Okay, keine gute Idee. Die Biene geht also nicht kaputt. Na, ah, scheiße. W-w-w-w-w-was war das? Ach, guck er an. Ne, he, 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 he. Ach, das ist aber jetzt fies. Moment. Hat er jetzt getroffen? Ja, er hat getroffen. Okay, wo ist unser Wau-Wie? Da ist unser Wau-Wie. Und he, he, he. Und he. Die Level an sich machen mir bisher immer wenig Sorgen. Also, das Einzige, was mir bis jetzt hier in dem Spiel echt Kopfschmerzen gebracht hat, das war einmal... Ein Affe. Donkey Kong. Das war einmal Hart... Ne, wie hieß er. Needleman und Shadowman. Also, die beiden, die hatten es echt in sich. Was macht der jetzt? Hängt der da nur rum? Nein. So, jetzt habe ich zwei davon. Okay, das war nochmal... Hier ist man schon wieder so großzügig. Ah, nein! Und alles umsonst. Na, komm hoch. Das ist das Blöde. Wenn wir hier rausfallen aus dem Level... Ach, wie jetzt zum Beispiel. Dann sind halt alle Gegner wieder da. Warum nicht gleich so? Ach, die Waffenenergie hätte ich jetzt gerade für... meinen BAUWI gebrauchen können. Wie er sich vortastet. Ah, Suizidaffe. Okay, was haben wir hier jetzt? Ach so. Ah, Ello wieder. Moment. Wenn der jetzt zurückfährt, dann können wir ihn nämlich... bedenkenlos... treffen. Boah. Ah. Das scheint aber hier ein Klassiker zu sein. Ah! Ah! Ein Energietank. Matrix. So, die können wir da getrost... Ist das erst, wenn ich da draufgehe? Ja. Okay. Das ist jetzt aber sehr gemein. Und, runter. Oh, nicht schon wieder so ein Typ. Moment, wo ist mein Laser? Na. Oh, nein. Nein. Ach, das ist doch so eine beschissene Waffe. Hallo, wechsel doch mal! Oh, ist doch gut jetzt. Ja. Danke. Na, ganz toll. Bleibt der jetzt hier unter mir stehen, oder geht der auch wieder zurück? Er bleibt unter mir stehen. Nein! Okay. Also nochmal. Nein. Ich mach das anders. Ich lass mich runterfallen, dann bin ich nämlich schneller unten. Oh, das war knapp. Ah, ganz große Klasse. Das war jetzt auch so viel. Okay, Freunde. Hardman. Wogegen ist er allergisch? Hard. Wer könnte... Nein, das nicht. Ja. Oh, er hat trotzdem getroffen. Magnet. Oh, ja, doch. Ah, jetzt hab ich keine Energie mehr. Okay. Also Magneten. Okay, das nicht. Okay, also ich kann machen, was ich will. Er trifft mich immer. Ja, das war zu erwarten. Nein. 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 Ich möchte dafür jetzt kein Leben noch verschenken. Snake kann ich mir nicht vorstellen, aber wir probieren es trotzdem mal. Ja, das zeigt überhaupt keine Wirkung. Ähm, Magnet hatten wir. Was ist damit? Ach so, okay. Ach, schon wieder verkehrt. Okay, die kommen wieder zurück. Okay. Ah, ist schon wieder verkehrt. Ist der los hier? Ah, ist schon wieder leer. Okay. Das war nicht viel, aber... Ach, nee, warte. Wir haben doch... Moment, wenn ich jetzt einen Energietank nehme. Ich wusste es. Nein. Das füllt uns nur unsere Lebensenergie auf. Na gut. Na gut. Vielleicht ist das die Taktik, dass wenn er da steht, einfach nur drauf, denn das glaube ich... Warum springe ich eigentlich? Ja! Hervorragend. So hart war er gar nicht. So, wir sind jetzt auch hart. Wir sind nicht mehr weich. Wir sind hart. Ich bin gespannt, was wir damit anfangen können. Sehr schön. Auch wieder das Passwort. Vielen lieben Dank. Brauche ich aber nicht. So. Needleman und Shadowman. Meine zwei Lieblinge. Hm. Um wen der beiden ich mich zuerst kümmere, das zeige ich euch im nächsten Teil. Also bis dahin. NRW über 18. Adieu.